Der Zusammenkleidungser darf sein, welche der richtige und passende und die gute Zugrätung zu dem Zusammenkleidungser von ihnen beklangt und von Zivis Hashem befreit im Zusammenhang mit Niyontef Puri, was kommt in den nächsten paar Wochen, weniger noch wie Schleischem Geheim, wo Puri mit der Kirche gewöhnt verbunden mit Knesseskoll Hei-Hudi, was alle Jeden um sich zusammengeklimm auf dem Ruf vom Mordchai Hei-Hudi, wo Sere gewöhnt, der, was sie gewöhnt, wie Mäsche bedeele, und hat angewiesene Jeden, was sie in Seindor, was sie mit Avsachfien, leidt Teras Mäsche, wo Dosser Teche hat sie gebracht, als er zusammengeklimm, speziell, jüdische Kinder, und hat mir sehr gelernt, Taylor, was der Vater sagt, jeder Jörg, als er kommt, die Tag zu Puf und Puri, was mir darf, sagt, zu sehr gerät, nicht in unheben Deg von der Schreide schadet, wo Doss der Mond jeder von uns und jeder von euch, und ich darf der Mond jeder jüdische Kind, wo er gefühnt, und ich sage, als mir darf, sagt, schön unheben Gretchen, zu noch mehr erlernen Tere, und lernen, dass in Anäfen von Kness, auf zusammenkleiden, und alle Chavedim und Mäderlech zusammenkleiden, die Chavertis, als ich sehe, sollen sich zusammenkleiden, und starten, eine der zweite, in alle Sachen von Niedrigkeit und Tondos, wie gesagt, früher im Anäfen von Simcha.